Ja, liebe Leute, wir haben mal wieder Montagmorgen Zeit für die BAUFUM24 News. Heute Folge Nummer 13. Und wie man unschwer erkennen kann, wir sind hier unterwegs auf der A49, glaube ich. Wir sind unterwegs zur Steinexpo. Jetzt würdet ihr euch wahrscheinlich fragen, Moment mal, Steinexpo, war das nicht irgendwo so Mitte September? Blödsinn, Mitte September ist die Nordbau. Jetzt werdet ihr euch fragen, Moment mal, Steinexpo, ist das nicht Ende des Monats? Korrekt, ist Ende des Monats. Aber wir sind da ja so ein bisschen involviert, haben da ja auch einen eigenen Stand, berichten ja für euch vor Ort. Der Max macht übrigens Autogrammstunde. Wir haben jetzt Autogrammkarten für Max drucken lassen. Erstmal nur 50er Auflage, wir wollen mal gucken, ob das sich durchsetzen wird. Auf jeden Fall müssen wir da heute mal ein bisschen uns umgucken auf der Steinexpo in dem Steinbruch. Nehmen wir euch mit, zeigen wir euch gleich mal. Ich weiß selber noch gar nicht, was da so alles los ist derzeit. Aber ich denke, da sind schon einige Maschinen zu sehen. Und dann müssen wir weiter zu Volvo. Und bei Volvo sind wir eingeladen und gucken uns heute und morgen den ersten vollelektrischen Bagger an. Zumindest sagt Volvo erster vollelektrischer Bagger. Gab es bei uns auf Facebook eine Meldung und fragen sofort die Leute ja, Moment mal, voll elektrisch, was haben dann die Hydraulikzylinder da zu suchen? Habe ich mich in dem Moment ganz ehrlich auch gefragt. Der Sache werde ich auch im Grund gehen. Was haben wir noch? Dann haben wir heute noch zwei Gewinner, nämlich für den feinen Akkuschrauber. Der wird heute verlost. Und dann habe ich natürlich noch ein kleines Giveaway, einen kleinen Forstnaborer. So klein ist der, glaube ich, gar nicht. Ich glaube, ein 35er. Und ja, was gibt es sonst noch, Max? Fällt dir noch was ein? Das ist spontan gerade nicht. Wie war dein Wochenende? Mein Wochenende war sehr entspannt. Ja? Ja. Ich bin ja gerade aus dem Urlaub wiedergekommen. Aber ich hatte noch nie einen Urlaub, in dem ich an dem nur gearbeitet hatte. Also von daher, ich würde sagen, wir haben noch, ein bisschen haben wir noch. Ich würde sagen, wir gehen in den Gassen und melden uns gleich. So, wie heißt das schöne Örtchen hier? Nieder-Off-Leiden. Da vorne sieht man auch schon MHI. Das heißt, glaube ich, Mitteldeutsche Hartsteinindustrie. Und, so habe ich es mir mal sagen lassen, der Steinbruch ist Europas größter Besaltsteinbruch. Schauen wir mal, wem wir da heute so alles treffen. So, neben mir ist Friedhelm Rehse. Friedhelm, du bist ja der Chef der Stein-Exponent, quasi auch der Gründer, glaube ich, oder? Du bist der Initiator. Nein, der Gründer bin ich nicht. Das war mein Vorgänger im Amt. Ich bin aber seit 1993 dabei und seit 1999 verantwortlich am Ministerrat. Okay, aber ich denke, wir können so sagen, ohne dich gäbe es die Stein-Exponent nicht mehr, oder? Das glaube ich schon. Das kann man nämlich wohl so sagen, würde ich behaupten. Und ich kenne den Friedhelm schon einige Jahre. Wenn man nämlich jetzt hier mal unterwegs ist, noch bevor die Messe wirklich passiert, dann siehst du mal, was hier wirklich an Action ist. Das ist ja echt Wahnsinn, was hier alles vorbereitet wird, was hier angefahren wird. Und die heiße Phase geht wie lange oder seit wann? Also die heiße Phase, Aufbauphase dauert vier Wochen. Vom ersten Einmessen an mit dem Überlegen, wo müssen wir noch Material fahren, wo kann noch Produktion jetzt auch noch gefahren werden. Wir fahren am Samstag, geht das insgesamt vier Wochen. Und ihr habt ja mal diese Demo-Fläche, wo immer Action ist. Und das, gerade ihr Zuschauer mögt das ja am liebsten, wenn wirklich auch die Maschinen in Bewegung sind. Sieht man auch immer tierisch viele Leute, die mit Kameras filmen und so weiter. Wo ist das diesmal? Das ist eine Etage weiter hier unten. Kann man das von hier aus sehen? Ja, können wir mal rüber gehen. Das ist noch die Demo-Fläche. Krass. Wir haben speziell eine Tribüne dafür gebaut, dass die Leute hier über diese Rampe runtergehen können, direkt auf die Tribüne gehen können und dann runter über diese Treppe an die Maschinen ran. Hier vorne an der Wand werden vier Haufwerke eingerichtet. Drei davon werden moderiert, wo die Maschinen dann in den festen Timetädeln zusammenarbeiten. Und das Ganze wird, wie immer, moderiert von Raunheim. Ich hatte bei der letzten Stein Expo so das Gefühl, das war relativ beengt irgendwie. Ich glaube, da habt ihr auch so ein bisschen Feedback von den Ausstellern bekommen, die sagten, ihr wollt ein bisschen mehr Platz. Die Tribüne gab es damals nicht, oder? Nein, das ist vollkommen richtig. Wir haben beim letzten Mal auf der anderen Seite in der Tiefzone die Demo-Fläche gehabt. Und das war sehr eng. Mit den Riesenmaschinen war es wirklich sehr eng. Für welche Leute ist die Bühne ausgelöscht? Das ist für 250 Leute frei. Ziemlich auswendige Konstruktion aus Stahlbau und so weiter. Und wie gesagt, dann arbeiten die Maschinen. Wir haben während der vier Tage genau 101 Demonstrationen, die laufen. Also mehr denn je. Aber da hast du ja unser Banner vergessen da unten, das sehe ich gerade. Das holen wir noch nach. Nehmen wir eins mit. Und da habt ihr wieder Aufzüge? Das habe ich jetzt aber gesehen. Da habt ihr einen? Da standen Schlangen von Leuten. Und das haben wir jetzt dieses Mal so gemacht, dass die Besucher tatsächlich einen Rundweg laufen können. Sie können hier über diese Etage laufen, fahren mit dem Aufzug auf den Stuhl, gehen dann oben über die Aufbereitungssohle bis ganz zum Ende. Und da hinten ist der zweite Aufzug da. Hast du eine Idee, wie viele Leute während der Messe hier arbeiten? Also von allen Ausstellern? Ihr Ausstellern? Dann wären wir da schon mal bei 3.000 Leuten. Mein eigenes Team sind nochmal knapp 200 Leute mit allen Dienstleistern, sodass wir irgendwo in einer Größenordnung von 3.000 bis 3.500 Personen alleine für die Standbesatzung und für das Messe-Team kommen. Wahnsinn, muss man sich mal überlegen. Denn 3.500 Leute und dann ist ja hier noch kein Besucher. Ihr hattet letztes, nicht letztes, ja letztes Mal, wie viele Besucher? 48.000 Besucher hatten wir an den vier Tagen hier. Und wir haben ein neues Online-Ticketsystem, sodass wir versuchen, etwas früher und besser vorab die Besucherzahlen abschätzen zu können. Und das, was bisher online gelaufen ist, ist schon deutlich mehr als bei der letzten Messe. Die Aussteller bestellen ja auch immer sogenannte Gastkarten für ihre Kunden. Da haben wir den Absatz um 50 Prozent steigern können. Und da ich und Friedhelm uns ja so gut verstehen, habe ich mal wieder 20 Freikarten für euch klargemacht, die verlosen waren. Unter allen Kommentaren, unter den News hier, Hashtag Steinexpo. Und das machen wir, würde ich sagen, bis Sonntag, ne, bis Freitag. Dann können wir euch die nämlich noch zuschicken, dann habt ihr die bis Montag. In dem Sinne, ne? Und jetzt wollen wir nochmal schauen, wo wir eigentlich hier untergekommen sind. Weil du hast gesagt, du hast für uns auch ein schönes Plätzchen, ne? Ja, natürlich. Direkt an der Sonne, direkt neben der Messeleitung. Neben euch, genau. Damit wir zwischendurch auch mal wieder einen Kaffee schlürfen können. Genau. Ich würde sagen, gucken wir uns noch eben an und dann sehen wir weiter. So, liebe Leute, jetzt habe ich mir das mal eben angeguckt, wo wir nämlich platziert sind. Nämlich verkehrsgünstig gelegen, super Verkehrsanbindung. Da ist unser Platz, wo jetzt noch der Teleskoplader steht. Und da ist der Shuttlebus. Das heißt, ihr könnt einfach in den Shuttlebus einsteigen, steigt dann aus und dann gibt es dann auch die Autogrammkarten von Max. Klar. Max versteckt sich dann. Oder auch nicht. Ne, wir machen dann eine schöne Autogrammstunde mit dir. So, schön mit so einem Tischchen davor. Wie viel? Wie gesagt, 50 hattest du gedruckt, ne? 50, ja. Ja, guck. Ne, wir sind hier während der Messe so ein bisschen am Schneiden dran, am Filmen machen. Und, ja, wenn ihr uns treffen wollt, wenn ihr mal ein Pläusche mit uns halten wollt, vielleicht ein Käffchen. Hier haben wir den Wohnwagen dabei, ist alles dabei, alles gut ausgerüstet. Dann kommt halt vorbei, ne? Und, ähm, jetzt müssen wir weiter, ne? Hier haben wir mal ein bisschen zu fahren. In diesem Sinne, weiter geht's. Ja, liebe Leute, und weiter geht's. Jetzt unterwegs nach, wo sind wir? Trier, ne? Genau, Trier. Und wir haben noch ein paar Sachen zu erklären. Ein paar Sachen auf der Liste. Erstmal das Thema, die Webserie mit JP. Heute ist eine weitere Folge online gegangen. Solltet ihr euch nochmal anschauen. Und natürlich auch alle anderen. Hat uns natürlich großen Spaß gemacht. Und ihr dürft euch da auch noch auf das ein oder andere freuen. Aber die erste Staffel ist jetzt heute erstmal die letzte Folge gewesen. Und weiter geht's halt auf der Steinexpo. Dann, wo wir gerade bei JP sind. Wir haben ja die Freiflugaktion mit einem Zeppelin. Zusammen mit Zeppelin. Da gibt's ja noch einen Platz. Und wir haben, oder es gibt zwei Plätze, bei denen ihr mitfliegen könnt. Quasi mit JP seinen Geburtstag im Zeppelin feiern. Ich bin übrigens auch dabei. Also ihr könnt auch mit mir feiern. Ich hatte allerdings nicht Geburtstag. Ich hatte es schon. Und da gibt's ja einmal das YouTube-Video. Verlinken wir euch gerade nochmal oben. Und wir haben noch ein kleines Bonbon. Wir haben nämlich noch eine Aktion auf Facebook gestartet. Und das Video haben wir jetzt auch online. Müsst ihr gucken. Teilen, kommentieren. Und unter allen Teilnehmern suchen wir uns einen aus. Der dann mit uns mitfliegt. Und wie gesagt, das wird richtig cool. Die erste Etappe ist ja vom Bodensee nach Mülheim an der Ruhr. Und die Plätze, die wir jetzt gerade halt mit JP noch auslosen, sind von Mülheim bis Neumünster. Und dann könnt ihr im Prinzip schön mit dem Zeppelin nach Neumünster fliegen. Mit mir und mit JP. Und dann geht's noch auf die Messe. Und wir haben noch zwei weitere Gäste für die Zepplin-Tour. Nämlich, treue YouTuber werden vielleicht den Marco von Tutopolis TV kennen. Und dann, falls nicht, mal reinschauen. Cooler Hund. Und Marco wird an beiden Tagen mein Gast sein. Und dann haben wir noch einen Gast, den auch viele von euch kennen werden. Am ersten Tag, nämlich der Jan von Ausfahrt TV. Den habe ich nämlich gefragt, ob er nicht Lust hat, mitzukommen. Und er sagt da, klar, André, habe ich richtig Bock drauf. Weil Zeppelin-Flug über Deutschland, wann hast du das mal? Wie gesagt, kein Rundflug. Und wir werden die Zeit nutzen, eine schöne Zeit zu haben da oben. Wir werden ein paar Interviews miteinander machen. Wir werden quatschen. Wir werden das alles drehen. Wir werden euch ein paar Geschichten erzählen können. Denn wenn einer eine Reise tut, dann kann er ja was erleben. Und in Zeppelin ist das Ganze nochmal eine ganz andere Liga. Ja, freue ich mich, wie gesagt, riesig drauf. Aber momentan ist echt so viel Druck auf der Leitung. Wir kommen gar nicht so richtig zum Freunden. Jetzt eben Stein-Expo ist natürlich echt ein ganz schönes Brett. Ja, das stimmt schon. Du hast das ja jetzt zum ersten Mal gesehen. Ja, sieht ziemlich cool aus. Und macht auch richtig Spaß. Also an alle, die auch vielleicht gar nicht aus der Branche kommen, aber mal Bock haben, wirklich solche krassen Baumaschinen in Aktion zu sehen, in einem Steinbruch. Kommt vorbei, da kann jeder hinkommen. Das ist also keine reine, das ist natürlich eine Fachmesse, aber nicht ausschließlich für ein Fachpublikum. Ich glaube, Eintritt ist auch überschaubar. Wie gesagt, ich habe ja gesagt, Karten könnt ihr eh gewinnen hier in den News. Und ja, das liegt an. Und dann habe ich noch ein Thema, nämlich im letzten Akkuschrauber-Test habe ich ja wieder gesagt, es gibt wieder was zu gewinnen, weil Fein den Akkuschrauber spendiert hat auf meine Anfrage. Und der Gewinner des Fein-Akkuschraubers lautet, kannst du einen Tusch machen? Tuschblende oder sowas? Eine Tuschblende? Ja. Michael Saringer, du hast den Fein-ASC-M12QX, heißt er glaube ich, das ist jetzt wirklich aus dem Kopf. Das ist immer ein Zungenbrecher. War ein Zungenbrecher, ne? Du hast den Schrauber. Der Schrauber geht an dich, melde dich, schreib uns an die Redaktion, dann geht das Ding raus an dich. Und dann haben wir noch einen Pharmac Bormax 2.0, diesen neuen 35mm, schönes Werkzeug. Der geht an den Zuschauer der Schotte. Auch du kannst dich also freuen. Das gleiche gilt für dich. Schreib uns eine Mail an die Redaktion. Und in der letzten News hatte ich es noch gesagt, vielleicht ist es untergegangen, wir haben neue Sticker. Wer einen Sticker von uns möchte, schreibt uns bitte eine Mail, dann schicken wir euch einen Sticker. Jo, und das wäre es eigentlich schon wieder. Ich glaube, ich habe nichts vergessen. Wenn doch, bitte in die Kommentare. Und dann sehen wir uns jetzt die Tage. Jo. Ja. Wir gucken uns jetzt erst den voll elektrischen, nee, den ersten voll elektrischen Bagger, gucken wir uns jetzt an. Bin gespannt. Bin gespannt. Und ihr hoffentlich auch. Und dann schaltet demnächst wieder ein. Tschüss. Ciao. Tschüss.